Kannst du kämpfen? Mach mal einen Kick. Bruder, was kann die alles? Sie machen Fototasche, Platzen, aber Appasche bleibt gleich. Udi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreit. Erzähl mal, du bist der? Jamie? Joao, Joao. Wie? Joao? Ja, tatsächlich. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen heute in einem Video von mir. Freunde, wundert euch nicht. Ich glaube, ich habe eine Woche lang nicht geschlafen. Wir befinden uns heute in Köln. Und seitdem FIFA Zantsch draußen ist, mache ich nichts anderes, außer Ultimate Team zu zocken. Freunde, ich schwör es euch. Wir haben heute Samstag. Und irgendwann ist mir im Kopf eingefallen, dass ich morgen Video hochladen muss und ich nichts gedreht habe. Deswegen sind wir heute nach Köln gefahren. Und ja, was machen wir heute hier in Köln, Freunde? Und zwar werden wir einfach mal auf die Street gehen, wie immer. Und fragen die Menschen, hey, hast du ein bestimmtes Talent? Denn wir suchen heute, also Thema wird lauten, Deutschland sucht den Straßenstar, was auch immer. Und wir schauen einfach, was die Leute für Talente haben, ja. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Wenn ihr hinterlassen möchtet, dann schau es in dem Video. So, okay. Hi, wie haben die? Lava. Nigel. Okay, Lava, Nigel. Wo kommt ihr? Äh, Aachen. Aus Holland, aber bei Aachen. Nee, in Aachen. Woher jetzt? Aus Aachen, Holland, aber aus Aachen. Deswegen kann ich kein Deutsch verleiten. Ich spreche mein Holländisch? Ja, hallo, ich bin... Ich will also, du, mein Bruder. Das sieht so aus wie einer von Top Boy, Alter. Seht ihr die Serie? Ja. Das ist Jamie. Ja. Das ist Jamie. Das sieht doch krank aus wieder. Ja. Oh, du bist ein Vampir, oder was? Ich bin zwei. Ich bin zwei. Alles klar, wir haben den ersten, Johan. So, du bist der? Achmed. Wie geht's dir, Achmed? Alhamdulillah. Woher kommst du? Aus Wesel. Aus Wesel? Ja. Wie heißt du? Gott's time. Gott's time. Gott's time? Gott's time. Gott's time. Gott's time? Mario Götze time? Ja. Könnt ihr was strecken? Was? Könnt ihr was strecken? Was? Kannst du was strecken? Nein. Ich weiß nicht, was du sagst, aber nein. Komm, du mal. Kannst du was strecken? Nee. Autumn. impacts Mhm Kannst du was strecken? Türkm 105ern. Nein, kurde. Kurid. Kur… kurmancı? Nein. Und anh lamentest sie mich sehr stark für. Ich spreche, dich legend Invest. Ja. Aber schlimmer? Hey Jungs, guck mal kurz, was geht ab? Alles gut bei euch? Ja, bei dir, wow. Alles gut. Bei mir wegen Stimmbrohm musst du ein bisschen tiefer zu stehen. Warte mal, der ist auch so ein Sänger, aber welcher war das nochmal? Chris Brown. Nein. Dieser eine, dieser... Jason Dehulo. Ja! Ich schwöre! Kannst du singen wie der? I wanna... Komm mal hier! Wir suchen heute, also Deutschland sucht den Straßenstar oder Straßentalent. Hast du ein Talent? Bist du ein Star? Bist du ein Star? Achmed, bist du ein Star? Normal, 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 normal. Okay, wie geht's, alles gut? Ja, gut. Woher kommst du? Spanien. Spanien? Ja, ja, Talent, sie kann singen, ich kann singen, ja. Möchtest du auf Türkei singen? Äh... Jetzt oder? Nein, nein, wir kommen morgen nochmal. Willst du morgen nochmal singen? Natürlich jetzt! Sing! Sing, sing. Wollah sing. Nein, warte. Ja, warte, ich kann nicht. Kijk mal, kijk mal. Sing gewoon als ob ich thuis bin, ok? Bist du Manager oder was, Alter? Wallah, sieht ja aus wie die richtige Manager, Alter. Mit Juggie-Anzug und so. Immer die Packs raus, Alter. Seid ihr auf T-Shirt heute hier, ne? Ja. Bröt dich! Bröt! Bröt! Ich zähl mir ja immer! Ey! No da, Alter! Habt ihr ein Talent? Kick mal Paar Bars, Aaron. Kick mal Paar Bars, komm. Kick mal Paar Bars, komm. Komm, komm. Komm, komm. Sag noch zwei Mal, kick mal. Kick mal. Kick mal Paar Bars, komm. Okay. Irgendwas von Jason Derulo? Ne, warte. Lass ich mal ausreden. Ich kann's früher mal ein Lied von denen. Lass überlegen, lass überlegen. Lass überlegen, lass überlegen. Das hab ich mir mal gesungen. Ah ja, Papa, verzeih mir, ich wurde kein Fußballer. Deutsches Vorarbeiter. Das waren jetzt zwei Bars, das reicht doch, oder? Kennst du das von Jason Abdi? Jaaaa! Nein, du sollst singen oder wie Chris Brown oder so. Ey, nee, das kann ich nicht. Kannst tanzen wie Grizzzy, Grizzzy, Gizzy, Grizzzy? Ich kann ein bisschen jerken. Jerk! New Jerk! Okay, was kannst du? Ich kann alles, was du willst. Schattenboxen. Schattenboxen? Was heißt das? Du kippst gegen dich. Spanisch. Komm, weiter, weiter, weiter. Okay. Sollen wir es auf Spanisch? Ja. Ah, so. Hola. Hola. Ja, danke, das können wir auch. Wie geht's? Wie geht's? Alles gut? Er hat nicht verstanden, okay. Kannst du singen? Nein, kann nicht. Dann können wir singen. Sie machen Fototascheplatsen, aber Apache bleibt gleich. Udi ist moest los, wenn die Rolla wieder schnit. Boom, boom. Warte, warte, warte. Apache bleibt gleich. Nein. Nein. Wallah, sieht doch aus wie Apache, Alter. So eine kleine Version. Was kannst du noch singen? Ähm. Ähm. Apache oder so. Ich will in so niederländische Rap-Song. Ich bin lit. Plunga von Karche. 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 Einmal. Das ist doch nichts. Bracka von Bomme. Es ist hollandisch. Represent. Die war so gut. Ich glaub, mein Video wird gespendet. Copyright, Alter. Wer kann denn was? Der Jamie. Ich? Ich war ein Chiller. Ich hab kein Talent. Dann chill mal jetzt vor Kamera. Hä? Zeig, wie du chillst. Ich? Zeig, wie du chillst. Chill jetzt. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden chillen. Du flext gerade. Das ist kein Chillen. Hä? Du flext gerade. Das auch Flex und Chillen kann man auch kombinieren. Hast du auch Netflix? Hä? Hä? Oh? Entschuldigung. Ja, ich möchte was sagen. Was? Diba, was machst du mit meinem Freund? Du warst in Frankfurt mit den... Was hast du denn für Probleme? Hast du noch ein Talent? Singen. Kannst du singen? Auf welche Sprache? Auf Deutsch. Auf Deutsch? Von wem? Meine selber. Selber geschrieben? Wann hast du geschrieben? Willst du Gangster oder willst du Liebe? Ich bin alles dabei. Mach erst Gangster, dann Liebe. Mach erst Liebe, dann Gangster. Oder kannst du erst Liebe? Ich kann. Aber erst Gangster besser. Oder wie du willst. Erst Liebe oder Gangster? Erst Liebe? Ah, halt. Er ist Gangster. Gangster? Er hat meinen Kopf durchgedreht. Ja, komm. Fert zu, Bruder. Hast du ein Talent? Ja. Was kannst du? Beatbox. Beatbox? Ja. Ja. Gib mir den Beat. Box. Ich geb dir Box. Du gibst nur Beat. Ja. Nein, du machst alleine. Ja. Du hast beide zwei fantastische, schöne Stimmen. Danke. Das heißt nicht. Joggesell? Wir verstehen Deutsch. Verstehst du Deutsch? Ja, ich probiere das jeden Tag so zu lernen. Und es geht. Ja. Weil du kannst kein Hollandisch, aber ich bin Hollandisch und du kannst Deutsch. Also ich bin krass. Habt ihr noch ein Talent? Ja. Vroeger in de klas was het X en Y. Als wiskunde was, nicht mehr Ding. Zelfs als ich hab nicht gewast. Ich probiere mich nicht zu verstehen. Das gehört auch von Wiederschaffen. Aber ich probiere mich nicht zu wissen. Ich bin hier mit der Gang. Seven Rings. Wir gehen ein. Wir gehen von euch durchs Vier. Ratatata. Bang, bang. BANG! 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 German! BANG! BANG! ��! BANG! 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 Mach jetzt deine Show. Mach deine Show, komm. Verarsch uns mal. Nein, Mann! Was du vor Ort ist! Was? Mit uns! Wer? Ja, als wir noch nicht wussten, wer du bist. Was? Hä? Was meint ihr denn gerade? Deutschland sucht den, sucht den. Ja! Deutschland sucht den, sucht den. Er ist Liebe. Das war zu viel Action. Du hast Stimme für Liebe. Dankeschön. Immer wenn ich liebe. Hallo Schatz, das hier ist ein Brief für dich, wenn du nie vergisst. Ja, ich liebe dich. Immer wenn ich liebe. Ich lass dich nicht allein. Du bist alles, was ich brauch. Dein Charakter, deine Augen. Du bist eine Klassfrau. Ja, ich weiß es kaum. Du bist meine erste Liebe. Und immer wenn ich nichts kriege, allein auf meinem Bett. Schatz. Für dich, Habibi. Olum. Hey, mach ich hab mir. 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 Okay, singen kannst du. Boxen kannst du. Warte. Okay. Jetzt kommst du. Du singst dabei. Freestyle, Freestyle. Gura, ich bin mit deinen Jungs unterwegs in Dunkellinge. Wo bist du, wo bist du? Wo unterwegs? Warte, guck mal. Ich sag, ich bin mit deinen Jungs unterwegs in Dunkellinge Gassen. Also was wollt ihr machen? Ich komm mit 10.000 Kanadner drehst du die Kamera um. Tamam? Tamam. Okay. Danke euch. Was heißt Danke euch auf Holländisch? Dankjewaal. Dankjewaal. Mach mal einen Kick. Mach mal einen Kick. Das Kick. Bruder, was kann die alles? Ich soll Schattenboxen machen. Kannst du? Kick, kick. Warte, wenn die jetzt hinfällt, ne? Mach mal so. Hier, Bruder. Mach mal. Mach mal. Mach mal mit der Hand. Hilf, hilf, hilf. Hilf, hilf. Hilf, hilf. Hilf mit der Hand machen. Vor Kamera. Was ist dein Talent? Bruder, ich hab kein Talent, Bruder. Du kannst irgendwas. Du siehst danach aus. Du musst irgendwas können. Wieso denkst du das? Ich weiß nicht. Du siehst frech aus. Singen, tanzen. Findest du? Ja. Krass, der meint zu weißer Scheune. Was kannst du noch erzählen? Ich kann gut lügen. Gut lügen? Ja. Sag mal eine Lüge. Ein Luger. Siehst du das? Ja, was denn? Ich sehe nicht. Was war da? Keine Ahnung. Seht ihr? Seht ihr? Ich sehe auch nichts. Wahat, nein. 5, nein. Ok. Wahat, nein. Eines, Ferdraein. Wahat, ich kann nicht. Wahat. Zag, 1, 2, 3. Wahat, 3, 3. Wahat, 3, 3. Wahat, 1, 2, 3. Wahat, 3. Wahat, 3. Wahat, 3, 3. Wahat, 3. Ich bin mit den Jungs und da, Vixen. Dunkel Engelsen. Was 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 was. Wulting ich komme mit 2,000. Was man kann, was man kann, was man kann, was man kann, was man. Was man kann, was man kann, was man. Binnen. Masajallah, Machnuch, ma. Boah, die hat gerade, guck mal, die hat gerade alle, alle hochgenommen, alle, die zugucken, die hat gerade alle hochgenommen. Kannst du nicht? Nein, ich glaube nicht. Olem, die gibt dir Kamera gleich. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir lernen, da lasst doch mal einen Daumen hoch, da ich würde mich freuen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich einen zweiten Teil drehen soll. Wenn ja, in welches CD soll ich kommen? Ich habe Bock auf Frankfurt, zwei Teil in Frankfurt. Was meint ihr, Freunde, wenn ja? Da lasst einen Daumen hoch da, schreibt es in die Kommentare und ja. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ihr könnt es tun, das Ganze ist kostenlos. Folgt mir auf Instagram, abonniert mich, es wird mich freuen und jetzt, peace, bis zum nächsten Mal, Freunde.